Stell dir mal folgende Situation vor, du könntest mit deinem jetzigen Wissen und auch Erfahrung in die Vergangenheit zurückreisen. Was würdest du tun? Am besten wäre es, sich Millionen von Bitcoins für einen Stückpreis von wenigen Cent zu kaufen und die dann beim All-Time-High dann später zu verkaufen. Wenn ich diese Möglichkeit hätte, dann würde ich besonders bei meiner Ernährungsumstellung viele Sachen jetzt nun anders machen, damit diese einfacher, geschmeidiger und reibungsloser verläuft und ich denke, das wird auch für einige von euch sehr interessant sein, was ich denn jetzt alles anders machen würde. Von daher 5 Punkte, die ich ändern würde. Mein erster großer Fehler, warum ich zum Beispiel so viel Gewicht verloren habe, war einfach, dass ich innerhalb von 6 Monaten von einer konventionellen Kost über auf vegetarisch, vegan und dann rohköstlich umgestiegen bin, ohne davor zu wissen, was denn genau der Rohkostreinigungsprozess ist. Und aus heutigem Standpunkt weiß ich auch ganz genau, dass selbst viele Rohköstler das nicht wissen, was denn die Rohkost eigentlich ist, dass es keine Ernährung, sondern ein Reinigungsprozess ist. Ich habe mich damals nur sehr oberflächlich informiert. Ich hätte schon viel früher zum Beispiel die Bücher von Arnold Ehret lesen sollen mit der schleimfreien Überkost, denn dann hätte ich nämlich gemerkt, dass ich mir halt auch mehrere Jahre hätte Zeit lassen können mit gekochter Kost, die zum Beispiel gebackenen Süßkartoffeln oder gebackenen Kürbis, welches ja keinen Schleim produziert, und so halt die Entgiftung Schritt für Schritt abzupuffern. Ich hätte auch mir Zeit gelassen mit dem Intervallfasten oder auch mit dem vielen Fasten gleich am Anfang. Ich hätte mir auch viel mehr Zeit gelassen, damit ich nicht unter Stress und Druck neben meinem Studium auch noch von Fleisch, von Milchprodukten, aber auch von Getreide wegzubekommen. Ich hätte dann so Schritt für Schritt gemacht, dass ich halt meinen Fleischkonsum immer weiter reduziere, bis ich vielleicht dann irgendwann nur noch bei einmal in der Woche Fleisch bin und dann das für ein paar Wochen lang aufrechterhalte, bis ich dann überhaupt kein Bedürfnis mehr habe. Das ist genau das gleiche wie bei den Milchprodukten, bei Käse oder auch bei Getreidenprodukten. Den rohköstlichen Anteil hätte ich auch erst langsam ansteigen lassen sollen. Also nicht, wie ich es gemacht habe, sofort die 100%, sondern zuerst mal 50% und dann gucken, wie kommt der Körper mit der Entgiftung und mit der Reinigung klar. Dann 60%, dann 70%, 80% und immer wieder mit dem Körper abgleichen und auch mit meiner aktuellen Lebenssituation, wie kommt denn ich und mein Körper damit klar. Ein weiterer fataler Fehler von mir war, dass ich zu viel Obst am Anfang gegessen habe. Obst wirkt sehr stark reinigend auf dem Körper, regt halt sehr stark die Entgiftung an, mit den Folgenerscheinungen, dass man dadurch halt seine Zähne verhunzen kann, sehr schnell abnimmt oder auch andere Entgiftungserscheinungen bekommt. Das heißt, man kann sich am Anfang sehr wohlfühlen, bis er dann sehr schnell überschwenken kann, mit Müdigkeit, Schlappheit. Zum Beispiel der ersten Kutscher ist nach zwei Wochen im Krankenhaus gelandet, aufgrund einer frutarischen Diät. Ich würde das Obst-Gemüse-Verhältnis besonders in den Anfängen so gestalten, dass man vielleicht 10-20% Obst in seine Ernährung integriert und 80% grünes Blattgemüse. Und das dann in der Zeit, wo man die Rohkostreinigung weitergeht, hat den Obstanteil immer weiter ansteigen lässt und den Gemüseanteil reduziert, je nachdem, in welcher Lebenssituation man sich auch befindet. Und sehr wichtig, ich habe am Anfang auch sehr viele Trockenfrüchte gegessen, habe sie manchmal eingeweicht, manchmal nicht, je nachdem, wie ich halt gerade drauf war, ob ich faul war oder ob ich überhaupt Zeit dafür hatte. Die Trockenfrüchte haben halt kein Wasser, die sind ja getrocknet. Und das, was die Frucht ausmacht, ist halt die Kombination aus Wasser, Fruchtzucker und auch die ganzen Fasern. Und das hast du bei der Trockenfrucht halt nicht. Hast du dann hier den geballten Fruchtzucker, der dann auch hier sehr stark auf deine Entgiftung auswirken kann, besonders auch auf die Zähne. Von daher, wenn du Trockenfrüchte konsumierst, erstens sparsam einsetzen und auch immer einweichen. Ein weiteres Problem, was ich mir auch geschaffen habe, ist, dass ich Angst bekommen habe. Ich habe mir Angst auch einreden lassen von der alternativen Heilszene. Also beispielsweise von den ach so gefährlichen Parasiten, die ja auch was ganz anderes sind, als man uns halt verkaufen möchte. Zum Beispiel von vielen Naturheilkündlern. Oder, dass ich halt Angst habe, dass ich krank werde. Irgendwie Angst vor chronischen Krankheiten, Angst vor Krebs, Angst vor Sterben. Die ganzen Chemtrails, die Gifte um uns herum. Dass halt auch ich den Gedanken bekommen habe, dass hier uns eine sogenannte Elite auch umbringen möchte. Und wer sich jetzt mit Marketing und Verkaufsmaschen auskennt, weiß, dass auch Angst ein wesentlicher Treiber ist, um halt auch beispielsweise Produkte zu verkaufen. Und genau das war halt auch mein Fehler. Ich habe mir dann viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel angeschafft, die ich vielleicht dann nur ein Jahr genommen habe, aber auch sehr viel Geld ausgegeben. Heute brauche ich sie überhaupt nicht mehr. Oder irgendwelche Gerätchen, die man benötigt, um halt eine zusätzliche Heilwirkung zu bekommen. Was auch überflüssig ist, wenn man diesen Rohkostreinigungsprozess effektiv geht. Viel draußen ist, viel an der frischen Luft ist, an der Sonne. Dann werden diese ganzen Sachen überflüssig, weil der Körper übernimmt dann schon die Reinigungsaufgaben. Ich habe recht früh bemerkt, dass Nahrungsergänzungsmittel keinen so großen Effekt mehr auf meinen Körper haben, sondern mehr auch zum Teil das Gegenteilige bewirken, sondern meinen Körper auch zusätzlich belasten und ihn auch manchmal Energie raubten. Und ich halt einfach bemerkt habe, dass man halt hier ein großes Geschäft hat. Genau das Gleiche wie mit den Parasitenkuren, dass halt hier auch sehr viele Sachen mitverkauft werden, die es eigentlich so gar nicht benötigt, wenn man, wie gesagt, sich anständig ernährt. Vielleicht auch sein eigenes Obst und Gemüse anbaut, für Sport, macht an der frischen Luft, dass es ausreichend Schlaf hat, sind das halt die wesentlichen Grundsteine für eine optimale Gesundheit. Wird aber immer so verkauft mit den Slogans, man muss halt diese Nahrungsergänzungsmittel nutzen, weil die meisten Menschen sind ja krank und die meisten Menschen leiden an Parasiten. Man muss das unbedingt nehmen, um halt hier wieder ein besseres Wohlbefinden zu bekommen. Von daher kann ich es auch nur jedem empfehlen, sich mal mit Marketing, Psychologie und Verkaufsstrategien auseinanderzusetzen. Denn genau von dort habe ich dann gelernt, welche Masche halt sehr viele auch aus der Naturheilkunde nutzen. Auch die alte Rohkostliteratur half mir, die ganzen Verkaufsmaschen von den Leuten zu erkennen. Also hier habe ich zum Beispiel sehr viel Arnold Ehret gelesen, Dr. Norman Walker, die Schriften von der Naturalhygiene, Galina Shatalova, die ganzen Bücher findet ihr zum Beispiel auf meinem Literaturverzeichnis. Werde ich auch unten in der Videobeschreibung auch nochmal zusätzlich verlinken, wer da Interesse hat. Das sind sehr wertvolle Bücher, die man schon gelesen haben sollte, wenn man auf dem Weg der Rohkostreinigung ist, weil man dann sehr viele Sachen enttarnt, die halt heutzutage als gesund deklariert werden. Beispielsweise Eigenurintherapie. Ich hätte mir auch viel früher einen Mentor suchen können, der hätte zum Beispiel meinen Absturz verhindern können, weil der halt schon seit mehreren Erfahrungen, zum Beispiel im Rohkostbereich, Erfahrung hat, die ganzen Entgiftungskrisen schon durchgemacht hat und genau weiß, was zu tun ist, was man in den Anfängen am besten machen sollte und so weiter. Der hätte mich dann viel besser angeleitet. Ich hätte auch viel schneller den Prozess dann durchlaufen können und auch viel solider, ohne dass halt irgendwie ich die ganzen Fehler nochmal machen muss, obwohl er sie schon gemacht hat. Ich kenne auch andere Leute, die haben dann über mehrere Jahre hinweg, vier, fünf, sechs Jahre, alles Mögliche ausprobiert, sämtliche Fehler gemacht und dann sind sie letztlich doch an den Standpunkt gekommen, wenn sie auf diesen einen Mentor oder diesen einen Rohköstler gehört hätten, der schon seit 20 Jahren Erfahrung hat. Der Mentor ist der erste Schritt für ein anderes soziales Umfeld. Den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ich habe sehr viele Konflikte und Herausforderungen gehabt, weil ich das falsche Umfeld gehabt habe. Leute, die mir immer wieder was anderes eingeredet haben, die mir schlecht geredet haben, für das, was ich gerade auch mache, sei es jetzt unabhängig davon, ob ich die Rohkost mache oder auch Permakultur, gab immer wieder Kritik, Auseinandersetzungen, hat einfach nur unnötig Stress verursacht, Konflikte und auch Energie gezogen. Die Energie, die ich einfach dafür hätte nutzen können, um meinen Rohkostreinigungsprozess weiter voranzubringen. Weiterer Vorteil von einem Umfeld ist, dass ihr zum Beispiel gemeinsam fasten könnt. Ihr könnt euch gegenseitig austauschen und auch so schnelle Herausforderungen und Probleme auch lösen und gemeinsam wachsen. Nochmal kurz zusammengefasst, was ich denn anders machen würde. Erstens, mir nochmal ein komplett anderes soziales Umfeld suchen, die mich bei meinem Weg unterstützen, wo wir uns auch gegenseitig helfen. Mir viel früher einen Mentor suchen, aufpassen auf die ganze Angst- und Panikmache, sei es jetzt bei dem ganzen C-Thema gewesen oder auch jetzt Impfungen, Chemtrails oder sonst irgendwas, wo man einfach nur wieder unnötig Angst produziert, vor allem im alternativen Bereich. Dann natürlich auch die ganzen Verkaufsmaschen und Verkaufsstrategien, das ganze Marketing darum und auch viel früher sich auch mit Psychologie beschäftigen. Finde ich sogar wichtiger, anstelle, dass man sich so früh schon mit Esoterik beispielsweise beschäftigt. Dann sich noch ausreichend informieren, beispielsweise mit der alten Rohkostliteratur und sich auch viel mehr Zeit lassen für die Umstellung. Ein Jahre oder zwei Jahre, wo man immer mal wieder gedämpfte Süßkartoffel oder gedämpfte Kürbisse mit einbaut und Schritt für Schritt den Körper an den Rohkostreinigungsprozess gewöhnt und auch die Entgiftung wie ein Ventil langsam öffnen. In diesem Sinne, wenn dir das Video Mehrwert gegeben hat und du dich auch vielleicht in einigen Punkten wiedergesehen hast, gerne unten auch in die Kommentare schreiben, wie du das angehabt hast. Hier an der Seite findest du noch weitere spannende Videos, die dir auch helfen können, im Garten ein eigenes Gemüse anzubauen oder auch Hintergrundinformationen zur Gesundheit auch bekommst. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.